Hey, Notion hat eine neue Funktion für seine Datenbanken ausgerollt, Notion Charts. Heute zeige ich dir, wie diese im Kern funktionieren und welche Diagrammarten möglich sind. Dieses Video ist ideal für Notion Fans, die bereits mit Datenbanken arbeiten und falls du noch nicht so geübt bist, kannst du trotzdem diesem Video folgen, weil ich alles Schritt für Schritt erläutere. Dann habe ich zwei Praxisbeispiele zur Demonstration dabei, weise dich auf technische Voraussetzungen und mögliche Hürden hin. Als Bonus habe ich Tooltipps dabei, falls die Möglichkeiten für dich zu wenig weit gehen. Hi, ich bin Natascha Buck, Prozessstrategin und erster Dach zertifizierter Notion Consultant. Du willst für dein Business mit oder ohne Team einen effizienten digitalen Arbeitshop? Dann bist du bei mir genau richtig und kannst in Zukunft der Verzettelung Arrivederci sagen. Zwei wichtige Dinge gleich vorneweg. Falls du die Charts-Funktion noch nicht verfügbar hast, dann bitte in der App auf Ansicht, Neuladen klicken, respektive auf Neuladen erzwingen klicken und falls es dann noch nicht klappt, dann bitte einfach noch ein bisschen warten, weil Notion neue Funktionen immer gestaffelt ausrollt. Der zweite Hinweis ist, falls du einen Free-Plan hast, dann kannst du maximal ein Diagramm anzeigen lassen. Das gilt auch für Vorlagen, die du runtergeladen hast und vielleicht schon mehrere Diagramme enthalten. Die Notion-Chart-Funktion ist einfach eine weitere Datenbankansicht. Neben der Tabellen- oder Kalenderansicht oder der Zeitleiste können wir uns jetzt dort Diagramme anzeigen lassen. Das heißt, die gewünschten Daten müssen natürlich schon in einer Datenbank aufbereitet sein. Mit Notion Charts kannst du zwei Werte auf der X- und Y-Achse gegenüberstellen. Es stehen die mehrere Darstellungsformen zur Verfügung, nämlich Balkendiagramm, Linien und Ringdiagramm, respektive Donut. Mit diesen Darstellungsarten kannst du zum Beispiel Gewohnheiten tracken, wie deine Trainingsdauer oder Schlafqualität. Im Business-Kontext könntest du zum Beispiel deine Newsletter Subscriber über die Zeit tracken, die Watchtime von YouTube-Videos messen, deine Google Analytics nachtragen und nachverfolgen. Im Vertrieb könntest du deine Verkaufspipeline bewerten und sehen, wie viel Potenzial in welcher Phase steckt. Im zweiten Schritt könntest du das mit deinem Erfahrungswert deiner Closing-Rate abgleichen, damit du Cashflow, aber auch die Projektauslastung planen kannst. Apropos Projektmanagement, Notion Charts ermöglicht dir zum Beispiel die Auslastung der Mitarbeitenden über die ganze Woche zu überblicken. Intern könntest du zum Beispiel nachsehen, wie viel Zeit deine Mitarbeitenden in Meetings verbringen, respektive in welche Bereiche die Arbeitszeit wirklich floss. Du siehst, mit Notion Charts werden Dashboards nicht mehr das gleiche wie früher sein, sondern vielfältiger und informativer. So, lass mich jetzt mit der Konfiguration von den Notion Diagrammen starten. Grundsätzlich ist es so, wenn du irgendwo eine Chart einbetten möchtest, dann funktioniert das wie erwähnt wie eine weitere Datenbankansicht und mit dem Forward Command Chart kannst du dann direkt ein entsprechendes Diagramm anzeigen lassen, basierend auf deiner Datenbank, die bereits anderswo existiert. Ich möchte dir jetzt im ersten Beispiel zeigen, wie man zum Beispiel Gewohnheiten visualisieren könnte. Angenommen, ich habe eine tägliche Yoga Praxis und erfasse dann jeden Tag, wann ich das gemacht habe und wie lange. Dann möchte ich zum Beispiel sehen können, wie hat sich das jetzt in den letzten Wochen oder auch Monate, Jahre entwickelt und könnte hier ein Liniendiagramm anzeigen lassen. Was ich ganz besonders toll finde, ist, ich kann über das Diagramm drüberfahren und so die Datenpunkte anzeigen lassen. Dann könnte es jetzt zum Beispiel sein, dass ich wissen möchte, wie setzen sich dann diese Workouts zusammen, wann sind meine besten Tage, wann habe ich zum Beispiel am meisten Energie, habe eine lange Dauer. Dann könnte ich ja diese Zusammensetzung in einem Ringdiagramm darstellen lassen. Du siehst, ausgehend von dieser Datenbank, wenn ich einfach nur die Ansicht Ringdiagramm drüber lege, dann nimmt es jeden Eintrag hier unten in die Legende rein und gruppiert dann die Wochentage nicht zusammen. Und ein Workaround hier ist, dass du basierend auf diesem Datum eine Formel anlegst und dann den Wochentag einblenden lässt. Hier ist die Formel. Ich klicke hier kurz rein, falls du auch gleich diese Formel übernehmen möchtest. Und dann verwenden wir diese Formel als Gruppierungseinheit. Hier im Beispiel 2 sehen wir jetzt alle Wochentage und ich sehe, welcher Wochentag oder welche Wochentage ich am meisten Energie für das Workout habe. Das wären dann dementsprechend Freitag, Donnerstag und Sonntag. Und die Konklusion könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ich mich darauf fokussiere, an diesen Wochentagen tatsächlich zu trainieren und an den anderen was anderes zu machen. Entspannend zum Beispiel. Jetzt komme ich zum zweiten Beispiel, nämlich Newsletter Abonnenten tracken. Vielleicht möchtest du wissen, wie sich die Zahl der Newsletter Subscriber über die Zeit entwickelt und hast dann hier entsprechend eine Datenbank mit dem Total der Subscriber für jeden Monat. Möchtest ausrechnen, wie der Zuwachs dann ist oder die Veränderung und hast vielleicht auch ein Lead Magnet oder mehrere und möchtest gucken, wie sich das verändert. Hier zum Beispiel mein Lead Magnet, die Best of Notion Ressourcen. Übrigens ein kostenloses Freebie, eine 13-tägige Serie, die dir die besten Inhalte zum Starten mit Notion vermittelt. Feel free, das zu holen. Den Link findest du in der Überschreibung. Ich habe also hier eine Datenbank angelegt mit vier Eigenschaften, um diese Zahlen zu erfassen. Und hier komme ich auf eine technische Voraussetzung respektive Limitierung von Notion aktuell. Wenn ich jetzt aus dieser Datenbank eine Darstellung aktiviere, dann siehst du, dass nur eine Eigenschaft, nämlich der Stichtag, verwendet wurde. Aktuell ist es nicht möglich in Notion mehrere Eigenschaften wie hier in einem Diagramm darzustellen. Das haben wir beim Datenbank entsprechend aufbereiten können, dass es trotzdem möglich ist. Jetzt ausgehend von dieser Bankdiagramm könnte ich dann das auch als Linie abbilden oder hier natürlich als Ringdarstellung. Hier bei dieser Ringdarstellung habe ich dann noch einen Filter angelegt, um das erste Quartal abzubilden. Also wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Quartale oder Jahre vergleichen willst, dann machst du das am besten, indem du zwei Darstellungen nebeneinander stellst. Dann hast du so eine visuelle Vergleichsmöglichkeit. Um jetzt zum Beispiel diese vier Eigenschaften trotzdem abzubilden, gibt es einen sogenannten Workaround, dass du die Daten anders aufbereiten musst. Ich zeige dir das jetzt gleich hier in dieser Variante. Wichtig ist nämlich, dass man Gleiches zum Gleichen tut. Also hier oben hatten wir alles Zahlenfelder und da Notion aber nur zwei Parameter, nämlich Datum und Zahl verwenden kann, müssen wir das anders lösen. Und das kannst du tun, indem du eine Eigenschaft für alle Zahlen verwendest. Und damit du die Zahlen trennen kannst, trennst du diese mit einer Kategorie. Hier habe ich jetzt ein Auswahlfeld verwendet. Und dann kannst du dieses Auswahlfeld als Gruppierungseinheit verwenden. Und wenn ich jetzt das wieder als Diagramm anzeigen lasse, also als Liniendiagramm, haben wir diese schöne Übereinanderlegung, wie das eigentlich ursprünglich mir auch angedacht hatte. Aber bei diesem Beispiel hier oben geht das natürlich nicht mit vier Eigenschaften. Wenn ich jetzt hier drüber fahre, dann siehst du, kann ich sehen, wie jeder Monat aussieht und wie sich dieser zusammensetzt. Wenn ich jetzt hier in die Einstellungen reingehe, dann habe ich als Stichtag denn das Datum ausgewählt und gesagt, ich möchte es gerne nach Monat Gruppiert haben. Je länger deine Datenreihe, desto eher hast du dann das Jahr. Die Sortierung habe ich von Alt auf Neu. Und dann hier auf der X-Achse habe ich die Zahl ausgewählt, nämlich der Durchschnitt, respektive du könntest auch die Summe nehmen und habe dann definiert, dass die Zahlenreihe gruppiert werden soll, nach dem Typ respektive die Kategorie, die wir vorher mit dem Auswahlfeld festgelegt haben. Und auf diese Art und Weise kannst du dann Zahlen übereinander legen, indem du einfach nur eine Eigenschaft für die alle Zahlen verwendest. Vielleicht möchtest du aber auch eine andere Variante machen, nämlich man könnte auch diese Zahlen hier mit einer weiteren Datenbank zusammenziehen. Das habe ich hier im dritten Unterbeispiel bereits gemacht, nämlich diese Zusammenzugsdatenbank verlinkt hier auf alle Datensätze von diesem Beispiel hier oben und ich spiegle mit Roll-ups dann hier die Zahlen hoch. Das Problem ist allerdings, dass Roll-ups aktuell nicht unterstützt sind. Ich weiß nicht, ob das kommen wird. Aber eine Lösung ist, dass du dann diese Roll-ups hier mit Formelfeldern ansteuerst. Ich klicke dir hier kurz rein, dass du die Formel siehst. Wichtig ist einfach, dass hier schlussendlich das Resultat der Formel als Zahl erkennt wird, damit dann das in der Darstellung dann funktioniert. Dann könnte ich das dann entsprechend im Diagramm anzeigen lassen. Das heißt, ich muss mich entscheiden für ein Parameter, also hier Total des Lead Magnets und in der Klammer siehst du Formel, da habe ich das Formelfeld angesteuert oder hier das Total à la Subscriber. Wenn ich jetzt hier nochmals reingehe und dann hier auf die Einstellungen, dann siehst du, dass ich hier die Verknüpfung angewählt habe und ausgewählt habe das Total à la Lead Magnets, also das Formelfeld und hier in der Auswahl siehst du das Roll-up oder die Roll-up-Felder-Eigenschaften hier überhaupt nicht. Also das ist hier nochmals zur Info, die Sortierung von hoch nach niedrig und auch hier oben siehst du, hast du verschiedene Möglichkeiten das zu sortieren, aber auch manuell natürlich oder auch individuell hier Datensätze auszublenden. Wenn ich jetzt gerade von den Gestaltungsmöglichkeiten spreche, möchte ich dir noch zeigen, dass du auch Farben auswählen kannst. Standardmäßig ist es hier dieser bunte Blumenstrauß, du kannst natürlich das aber auch hier ein bisschen anders farblich gestalten. Was ich bemerkt habe, ist, dass sobald du bei Ringdiagrammen mehrere Werte hast, dann ist die Farbpalette relativ schnell am Ende seiner Möglichkeiten und dann wiederholen sich die Farben wieder. Wenn wir jetzt hier kurz klicken, der Juni hat die gleiche Farbe wie wie der Juli, also Juli hier und Juni hier und ist natürlich visuell nicht so sehr eingängig, wenn die so ähnlich sind. Von dem her wäre es dann vielleicht besser, auf die die farbigen oder die bunte Option zu wechseln, dass man hier ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Und jetzt hier beim zweiten Beispiel siehst du, dass ich dann nach den Total Subscriber das organisiert habe. Wenn ich jetzt hier nochmals reingehe, dann siehst du hier, dass ich hier die Summe ausgewählt habe. Also nochmal zur Info, Rollups kannst du nicht direkt ansteuern, lösen kannst du das über Formelfelder und dann einfach nur sicherstellen, dass die Formel als Zahlen erkannt sind. Erfahrungsgemäß rollt Notion eine solide Funktion zu Beginn aus, die aber noch nicht voll umfassend ist und guckt, wie wird es angenommen. Also wenn du Wünsche hast, dann bitte über den Notion Support das rückmelden, dass du noch ein bestimmtes Feature haben möchtest. Wie erwähnt, kannst du jetzt aktuell nur zwei Eigenschaften auf der x- und y-Achse abbilden und indem du dann alle Zahlen in eine Eigenschaft kombinierst und unterteilst mit einer Auswahl Eigenschaft, kannst du das soweit lösen. Ich persönlich wünsche mir eine Diagramm Option, wo ich Balken und Linie kombinieren kann und ich würde gerne auch innerhalb eines Daten Spektrums mehrere Phasen miteinander vergleichen können. Zum Beispiel Quartal 1 versus Quartal 2 oder 2022 gegenüber 2023. Ich hoffe, das wird kommen, aber ich habe noch keine Ahnung, wann das sein wird. Wie gesagt, einfach über den Support melden, was deine Wünsche sind, weil Notion sammelt das wirklich durchs Band und beurteilt dann, was sie als nächstes umsetzen. Zukunft Natascha hier aus dem Editierraum. Wenn du jetzt keine Lust hast, deine bestehenden Datenbanken umzubauen und trotzdem mehrere Werte in einem Diagramm dargestellt haben möchtest, im Blogpost gebe ich dir noch weitere Tooltips. Den Link auf den Blogpost findest du unten in der Beschreibung. Wie auch gebe ich im Blogpost das Material, das ich in diesem Video verwendet habe, also die Charts und die Datenbanken, kannst du dort auch duplizieren. Dann hast du schon Startkapital, womit du üben kannst und dich mit der Chartfunktion vertraut machen kannst. Wenn du relativ neu mit Notion bist oder auch regelmäßig von mir mit News befütet werden willst, direkt in deine Inbox, dann hole ich meine Best of Notion und wenn du direkt mit mir zusammenarbeiten willst, um deinen digitalen Arbeitshop zu bauen, dann trag dich auf die Warteliste für die Workspace Werkstatt ein. Danke dir fürs Zusehen und lass mir einen Like und ein Abo da. Bis dann, tschüss!